Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Wunschpartner-Orakel heute am Sonntag. Ich habe wieder drei wunderschöne Objekte für euch und auch natürlich eine Seelenbotschaft aus Amor Liebeskarten. Zu jedem Objekt drei Karten erbeten. Was möchte dein Wunschpartner, dein Seelenpartner dir heute mitteilen? Du siehst ja schon alleine an der wunderschönen Hauptenergie und den zwei Klärungskarten, dass es heute einfach um die Seelenpartnerschaft geht, dass er vielleicht auch mal langsam auf seine innere Stimme hört. Noch ist nicht aller Abend Tage, aber du wirst sehen, es tut sich einiges auch bei ihm. Nicht nur bei dir, denn ich spüre, ich merke auch, dass viele von euch wirklich in die Kraft kommen und das ist wichtig so. Denn das ist auch eine große Hilfe, eine Stütze für seinen Prozess. Ja, hast du Interesse, das Video zu sehen, dann würde ich mich recht herzlich freuen, dich im Hauptvideo begrüßen zu dürfen. Und den Link dazu findest du wie immer unten in der Infobox. Und du weißt ja, das Video gibt es nicht nur auf Vimeo, sondern auch auf unserer Webseite. Ja, jetzt freue ich mich und ich wünsche euch noch einen wunderschönen lieben Tag. Bis gleich. Tschüss.